Also, als die Landung bekannt wurde, die Landung von Paris, da war die Hoffnung da. Wir wussten, es geht dem Ende entgegen, wie das Hitler-Regime. Davon waren wir alle überzeugt. Und wir waren schon von vornherein sehr überzeugt, vor allen Dingen nach Stalingrad. Die ersten großen Niederlagen, der Rückzug der deutschen Armee, also das war schon da gewesen, diese Hoffnung. Und wurde erst recht bestärkt, jetzt die Landung. Es geht dem Ende entgegen und wir wussten, das ist zugleich das Signal für den Aufstand. Aufstand wird jetzt kommen. Damit rechnen wir jeden Tag an diesem Aufruf. Der kam ja auch dann sehr bald. Ja. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020